Jungs, die Ware ist da, 26. Mai, gönnt euch bei Step Mafia 24, zeigt mal die Ware, die heißbeliebten Gatorades hier, in jeder Sorte, auch die Donuts, die japanische Ware sind auch da, die Yan Yan, und ganz was Spezielles, Wow, Melon Soda, und das hier, Wir haben auch Twinkies da, auf jeden Fall, und Takis sind auch vorrätig da, und dann schaut euch mal die Getränke an, Fanta in jeder Sorte, Seven Up in jeder Sorte, und gleich kommt noch eine Palette, Pockis auf jeden Fall sind auch im Start, Pockis Bananengeschmack Das ist...